Ich habe meine Hand wieder. Zugang gewährt. Ich habe meine Hand wieder. Ich habe meine Hand wieder. Das ist eine sehr gute Frage, wo ich da hin muss. Ich habe meine Hand wieder. 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 Ich habe meine Hand. Ich habe meine Hand wieder. 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 Genau. Damit hätten wir es geschafft. Damit hätten wir das verlorene Archiv beendet. Denn das verlorene Archiv geht niemals zu Ende. Es ist eine Schleife. Es ist eine Schleife. Es ist immer eine Wiederholung. Der Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung. Und deswegen gibt es kein Ende. Sozusagen man kann das jetzt immer weiterspielen. Habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Ich glaube, ich habe es jetzt einmal gemacht in 90 Minuten. Ja, 94 Minuten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt speichern. Und ich werde mich dann von euch verabschieden. Das hat mir natürlich immer sehr viel Spaß gemacht. Und hoffe, es hat auch euch sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten kann ich nur sagen, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Assassin's Creed 3. Oder vielleicht ein neues, anderes Projekt. Wie zum Beispiel Uncharted 1. Drake's. Ihr müsst euch wissen, wie der erste Zell von Uncharted ist. Uncharted 1. Keine Ahnung. Kunstpause natürlich. Ist mir jetzt auch egal. Zum Beispiel Uncharted 1, was direkt zur Release kommen wird. The Last of Us werde ich vielleicht vorher anfangen. Ich weiß es noch nicht. The Last of Us Remastered für die PS4. Oder ein Sportspiel namens FIFA 16 Karriere Modus. Dazu wird aber noch eine Info kommen. Ein Infovideo zu FIFA. Was da genau passieren wird. Ob ich da jetzt... Was da genau passieren wird. Und deswegen wird ein bisschen Gayplay. So ein kleines Commentary. So ein kleines Infovideo. Und genau. Und ähm... Und äh... Ansonsten kann ich nur sagen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, dann... Lasst ein Like da. Kommentiert. Abonniert. Teilt das Video auf sozialen Netzwerken. Und ansonsten kann ich nur sagen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.